Was das neue Label Folgenreich aus dem Haus der Universität im Jahr 2009 geleistet hat, ist nun mal aus Beinbruch. Das sind du so große Schriften und ich so clean an. Ich bin da nicht so aus. Danke. So. Dorte Poscher hat Folgenreichs Produktpalette geschickt und strategisch erweitert, ohne dabei mit Feingefüll für Qualität zu vernachlässigen. So sieht's aus. Die neuen, zugekommenen Serien, von denen wir übrigens eine kennen, passen hervorragend in das Profil des Labels und bieten somit Vergnügen für alle Geschmäcker. Was wir nun wieder nicht beurteilen können, aber das müssen wir auch nicht. Und nicht nur die Qualität der Produktion stimmt. Nee, nee. Die eine oder andere Serie wurde sogar von einem möglichen ausgerettet. Die Fans wissen wir zu schätzen. Hinzu kommt die beispiellose Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die sich letztlich positiv auf die Akzeptanz des gesamten Genres auswirkt. Regelmäßige News zu neuen Produktionen, Gewinnspiele, Appetizer sowie Hintergrundinformationen zu den jeweiligen Serien gehören zur Tagesordnung. Mit solch einer Hingabe und Leidenschaft ein neues Label auf- und auszubauen, dann kann man nur Respekt zollen. Wo sind denn frische Ideen? Frische Ideen, tolle Produkte und mit einer klugen Marketingstrategie platziert. Das alles verlangt nach einem folgenreichen Sieg. Denn der Hoppe tut uns allen gut. Nicht nur in ihrem eigenen Label. Dafür und vor allem von uns, weil wir dort etwas tun können, was man nur für sonst tun kann, nämlich was wir wollen. Ein herzliches Dankeschön. Danke. 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 Danke.